Hallo und herzlich willkommen, ich bin Freytin und heute möchte ich euch mal ein bisschen was über QR-Codes sagen, also nicht über QR-Codes generell, das könnt ihr ja überall im Internet nachgucken und das ist auch keine große Sache, aber ich habe mir jetzt QR-Codes auch gemacht, die seht ihr jetzt gerade, das erste was ihr seht, das geht noch ein bisschen, das ist von meiner Internetseite, geht bis Sekunde 45 ungefähr, ja das Gespräch nehme ich jetzt gerade einzeln auf, den Video-Content bearbeite ich einzeln, das heißt gleich zwei Sekunden noch, so jetzt müsste nächstes Bild kommen sein, das ist jetzt von meinem YouTube-Kanal, das ihr auch mit QR-Codes auch auf meinem YouTube-Kanal könnt und die Videos auch angucken könnt, weil ich das so eingestellt habe, dass meine Videos auch für YouTube-Handy-Nutzer zur Verfügung stehen, jetzt nicht mal mehr 30 Sekunden ist das Video vorbei, deswegen muss ich mich ein bisschen beilen, was ich aber noch sagen möchte, ich möchte euch nicht ganz ohne irgendwie Spaß da lassen, deswegen habe ich mal ein bisschen umgeguckt, ich hatte ein paar Fail-Aufnahmen und ja, seht selbst. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss. Bis dann, auf Wiedersehen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.